Hotelier ist aufgepasst. Was sind die Bestandteile einer virtuellen Tour? Sie kennen vermutlich 360-Grad-Aufnahmen oder auch Google Street View. Aber virtuelle Touren sind viel mehr als das. Hier sind unsere Top 4 Eigenschaften. Erstens, die Kamera. Unsere virtuellen Rundgänge werden mit einer speziellen Kamera errast. Sechs HDR-Linsen nehmen Bilder mit bis zu 134 Megapixel auf, die wiederum im Nachhinein zusammengesetzt werden. Zweitens, der 3D-Laser. Ein moderner Laser namens Slider und diverse Infrarotsensoren scannen die gesamte Umgebung ab und sammeln dabei Tiefinformationen. Damit sind wir im Nachhinein in der Lage, ein detailliertes 3D-Modell ihrer gesamten Unterkunft zu erstellen. Drittens, die Infopoints. Mit anklickbaren Punkten in der 3D-Landschaft können Sie Dinge oder Bereiche näher erläutern. Viertens, der geführte Rundgang. Besucher können auf ihrer Webseite die gesamte Unterkunft in der virtuellen Realität betrachten. Und wenn sie wollen, dann sogar mit der VR-Brille. Was viele nicht wissen, in den meisten Fällen ist eine virtuelle Tour tatsächlich günstiger als ein Fotoshooting. Heben Sie also Ihrer Unterkunft auf ein neues Level. Wenn Sie mehr erfahren wollen, folgen Sie Digitalhoch 5. Wir digitalisieren auch Ihr Hotel. Alles klar, kann man nicht sehen, aber auch mal so. Unsere Unterkunft und Simulator. Wir finden mit dem, es sei Dank. Wie geht es Ihnen? Wir leben jetzt die Wahl, die Wahlkampfadzirm ist. Vielen Dank.